Seit Beginn der PV-Technik gibt es ein Problem. Wenn die Sonne nicht scheint, kann auch kein Solarstrom erzeugt werden. Wie kann man also den Solarstrom speichern und für sonnenarme Tage nutzbar machen? Wasserstoffspeicher könnten die Lösung der Zukunft sein. Damit soll bis zu 100%ige Autarkie gewährleistet werden können. Wie die Wasserstoffspeicher funktionieren und warum sie die Zukunft der Solartechnik sein könnten, erfahrt ihr in diesem Video. Hi, ich bin Mika und willkommen bei SolarID. Wenn dir gefällt, was wir hier bei SolarID machen, dann abonniere gerne unseren Kanal und lass ein Like da. Wenn die Sonne im Sommer stark scheint, produzieren Photovoltaikanlagen meist mehr Strom, als verbraucht werden kann. Im Winter hingegen muss oft noch konventioneller Strom zugekauft werden. Obwohl die Anlagen also insgesamt weit mehr Strom produzieren, als verbraucht wird, sind sie nicht autark. Das liegt daran, dass der Strom entweder direkt verbraucht oder gespeichert werden muss. Und auch wenn in vielen Haushalten Stromspeicher installiert wurden, reichen diese nicht aus, um für den ganzen Winter Strom zur Verfügung zu stellen. Die Kapazitäten reichen meist nur für wenige Tage. Es braucht also einen Speicher, der große Mengen Strom langfristig speichern und bei Bedarf wieder abgeben kann. Das soll nun mit Wasserstoffspeichern funktionieren. Wir haben übrigens noch ein Video zu Stromspeichern gedreht. Das findest du hier oben oder in der Infobox unter dem Video. Die Eigenschaften von Wasserstoff Wasserstoff ist das häufigste Element des Universums. Er ist hochentzündlich. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Knallgasprobe im Chemieunterricht. Dabei reagiert Wasserstoff mit Sauerstoff und es kommt zu einer Explosion. Bei der Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff bildet sich Wasser, Wärme und Strom. Wasserstoff wird schon länger als Treibstoff für Autos getestet. Allerdings ist der Aufwand dafür sehr hoch. Die Infrastruktur ist für Wasserstoffautos nicht ausgelegt und dies nachzurüsten wäre eine sehr aufwendige und kostspielige Aktion. Die Funktionsweise eines Wasserstoffspeichers Um Solarstrom in einem Wasserstoffspeicher speichern und nach Bedarf wieder abrufen zu können, müssen zwei Reaktionen ablaufen. Erstens. Der eingespeiste Strom muss genutzt werden, um Wasserstoff abzuspalten. Diese Reaktion nennt man Elektrolyse. Unter der Zugabe von Strom wird dabei Wasser in seine Bestandteile, also Wasserstoff und Sauerstoff, gespalten. Der Wasserstoff kann dann gelagert werden. Zweitens. Wasserstoff muss mit Sauerstoff reagieren, um Strom zu produzieren. Wird dem Wasserstoff wie das Sauerstoff, zum Beispiel außer Umgebungsluft, zugeführt, wird die Energie freigesetzt, die zuvor zur Spaltung des Wassers nötig war. Diese Energie kann dann im Haushalt als Strom genutzt werden. Die Vorteile eines Wasserstoffspeichers Der Wasserstoffspeicher ermöglicht eine langfristige Speicherung des Solarstroms und gibt damit einen Ausblick auf eine hundertprozentige Autarkie. Er hat viele Vorteile. Erstens. Wasserstoff ist eine emissionsfreie Energiequelle. Wasserstoff gehört zu den nicht-fossilen Brennstoffen. Im Prozess der Energiespeicherung und Energiegewinnung mit Wasserstoff entstehen lediglich Wasser und Wärme als Nebenprodukte. Beides kann ebenfalls sinnvoll und umweltschonend weiterverwendet werden. Umweltschädliche Produkte wie CO2 werden dabei nicht abgegeben. Wichtig ist aber zu beachten, wie der Wasserstoff gewonnen wird. Dabei kann durchaus CO2 freigesetzt werden. Man unterscheidet zwischen grünem, blauem, türkisen und grauem Wasserstoff. Grüner Wasserstoff wird mit Hilfe von erneuerbaren Energien aus Wasser gewonnen. Dabei wird kein CO2 freigesetzt. Blauer und türkiser Wasserstoff wird aus Erdgas gewonnen. Dabei wird CO2 abgegeben, welches gebunden und weiterverwendet wird. Grauer Wasserstoff wird ebenfalls aus fossilen Brennstoffen hergestellt. Das freigesetzte CO2 wird allerdings nicht gebunden, sondern direkt in die Atmosphäre abgegeben und ist klimaschädlich. Pro Tonne Wasserstoff werden dabei 10 Tonnen CO2 freigesetzt. Unendlicher Vorrat. Wasserstoff ist reichlich vorhanden. Es ist quasi unerschöpflich und damit der ideale Ersatz für fossile Brennstoffe wie Kohle und Öl. Hoher Wirkungsgrad. Wasserstoffspeicher haben einen höheren Wirkungsgrad als andere Energiespeicher. Zwar wird der eingespeiste Solarstrom nicht zu 100% rückverwandelt, sondern wird in Teilen auch in Wärme abgegeben. Aber diese Wärme kann genutzt werden, beispielsweise indem sie in einen Wärmespeicher geleitet wird und dort zur Erwärmung vom Trinkwasser verwendet wird. Damit kann insgesamt ein Wirkungsgrad von bis zu 90% erreicht werden. Im Vergleich, ein Verbrennungsmotor erreicht nur einen Wirkungsgrad von rund 40%. Damit ist Wasserstoff wesentlich effizienter. Das bedeutet auch, dass weniger Platz benötigt wird. Das ist nicht nur für Heimspeicher interessant, sondern vor allem für die E-Mobilität. Die Nachteile eines Wasserstoffspeichers. Frühe Technologie. Wasserstoff als Heimspeicher zu nutzen, ist ein vergleichsweise neues Konzept. Es steht also noch am Anfang seiner Entwicklung. Gut möglich, dass Anfangsführigkeiten erst noch überwunden werden müssen, bevor die Technik serienreif ist. Erhöhte Brandgefahr. Da Wasserstoff hochentzündlich ist, kann die Lagerung zum Gefahrenpunkt werden. Solange alle Vorschriften eingehalten werden und die Gasflaschen regelmäßig gewartet werden, ist die Explosionsgefahr zwar sehr gering, dennoch werden Wasserstoffspeicher außerhalb des Hauses aufbewahrt. Hohe Kosten. Wasserstoffspeicher sind noch nicht weit verbreitet. Die Anschaffungskosten sind daher noch sehr hoch. Rentabel ist die Installation selten. Relevant ist die Anschaffung daher zurzeit nur für Haushalte, die vollkommen autark sein wollen oder autark sein müssen. Wie zum Beispiel Häuser ohne Stromanschluss. Autarkie mit Wasserstoffspeichern. In Kombination mit einer ausreichend großen Photovoltaikanlage kann ein Wasserstoffspeicher eine hundertprozentige Autarkie gewährleisten. Haushalte können damit komplett unabhängig vom Stromnetz sein und dennoch ganzjährig mit Strom versorgt werden. Das ist nicht nur für Neubauten interessant, sondern vor allem für alte, abgelegene Häuser, die noch nie an Stromnetz angeschlossen waren. Berghütten beispielsweise, bei denen ein Netzanschluss sehr aufwendig wäre, die aber über ausreichend Sonneneinstrahlen verfügen, um sich selbst mit Solarstrom zu versorgen. Wasserstoffspeicher in Deutschland. Wer sich in Deutschland, der Schweiz oder Österreich dazu entschließt, seine PV-Anlage mit einem solchen Wasserstoffspeicher aufrüsten zu lassen, kann sich an die Firma Home Power Solutions wenden. 2014 gegründet ist es das Ziel der Firma, autarke Energieversorgungssysteme herzustellen und zu installieren. Ihr System Pikea vereint Stromspeicher, Heizungsunterstützung und Lüftungsgerät. Die entstehende Abwärme wird vom System zur Warmwasserbereitung oder der Heizungsunterstützung genutzt. Das Pikea-System kostet je nach Anlagengröße zwischen 60.000 und 90.000 Euro. Förderung für Wasserstoffspeicher. Wasserstoffspeicher werden gefördert. Die KfW-Bank bezuschusst den Einbau von Wasserstoffspeichern mit einem Festbetrag von 6.800 Euro sowie einem Zusatzbetrag von 550 Euro pro angefangenen 0,1 Kilowatt. Insgesamt ist ein Zuschuss von maximal 40 Prozent der förderungsfähigen Kosten möglich. Wie sinnvoll sind Wasserstoffspeicher? Wasserstoffspeicher stehen noch am Anfang ihrer Entwicklung. Dennoch zeigt sich schon jetzt, dass sie großes Potenzial haben. Vor allem in Verbindung mit einer PV-Anlage oder ähnlichen grünen Energiesystemen sind Wasserstoffspeicher die ideale umweltfreundliche Lösung. Als fixe Heimspeicher könnten Lagerungs- und Transportprobleme minimiert werden. Die Anschaffung lohnt sich zwar bisher nicht aus wirtschaftlicher Sicht, kann jedoch ein großer Gewinn für die Zukunft und für solche Haushalte sein, die keinen Zugang zu externen Strom haben. Auch für die E-Mobilität wird diese Art der Stromspeicherung ausprobiert. Allerdings braucht es hierfür eine entsprechende Infrastruktur. Der Tank- und Transportvorgang ist jedoch wesentlich aufwendiger, sodass sich Wasserstoffspeicher wahrscheinlich eher als fest installierte Heimspeicher durchsetzen werden. Was sagst du zu den Wasserstoffspeichern? Könntest du dir vorstellen, deine Solaranlage damit aufzurüsten, um komplett autark zu sein? Verrate es uns unten in den Kommentaren. Zum Schluss das Wichtigste auf einen Blick. Mit Wasserstoffspeichern kann Solarstrom langfristig gespeichert werden und vollkommene Autarkie erreicht werden. Wasserstoff ist reichlich vorhanden und kann emissionsfrei als Speichermedium genutzt werden. Um eine positive Ökobilanz zu garantieren, sollte jedoch darauf geachtet werden, grünen Wasserstoff zu verwenden und nicht solchen, der beispielsweise aus Erdgas hergestellt wurde. Die Technologie steht noch am Anfang seiner Entwicklung, hat aber viel Potenzial. Noch sind die Anschaffungskosten für Wasserstoffspeicher sehr hoch. Ein Piquea-System der Firma Homepower Solutions kostet zwischen 60.000 und 90.000 Euro. Wasserstoffspeicher werden gefördert. Bis zu 40% der Kosten werden von der KfW-Bank bezuschusst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr über Solarenergie erfahren möchtet, dann schaut auf solaridee.de vorbei oder abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und ansonsten, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ciao! Bis zum nächsten Mal!